Ahoi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video, bei dem wir heute mal über My Hero Academia reden. Und zwar reden wir über das aktuelle Geschehen, alles drumherum um Kapitel 306. Denn wir haben ja doch so die ein oder andere relativ nice, interessante Sache gehabt. Gerade die letzten drei, vier Kapitel waren echt crisp, Leute, die waren echt nice. Aber das aktuelle Kapitel, also Kapitel 306, hat große Fragen aufgeworfen, hat vor allem dafür gesorgt, dass wir uns jetzt fragen müssen, in welche Richtung geht es jetzt in My Hero Academia? Haben wir bald überhaupt noch das Academia im Namen? Darüber werden wir in dem heutigen Video reden, wie es sein sollte. Ja, ist natürlich klar, wenn wir über Manga-Content reden. Ihr werdet dann natürlich gespaudert, wenn ihr nicht auf dem Manga-Stand seid. Falls euch das trotzdem interessiert, bleibt gerne mal dran und meine Meinung wird hier erstmal rausgeballert. Also Leute, wir hatten ja zuvor das ganze Flashback mit Ende war, beziehungsweise das Todoroki-Flashback, sage ich mal so. So, dazu hatte ich ja schon mal ein Video gemacht, auch wenn da noch nicht das Ganze abgeschlossen war, mit Dabi, beziehungsweise mit Toya. Hat mir sehr gut gefallen, dieser Ende war Redemption-Arc, der ja auch irgendwie immer noch anhaltend ist, wenn man sich gerade jetzt Kapitel 306 anschaut. Denn das war ein Kapitel, was sehr irgendwie in eine Richtung gedeutet hat, was uns sehr eine Richtung aufgezeigt hat, in der wir gesehen haben, okay, die Charaktere, beziehungsweise die Welt von My Hero Academia in Japan, muss man ja immer sagen in Japan, die geht jetzt genau in diese eine Richtung. So, und ja, wir haben erstmal, reden wir darüber, was wir bei Deku hatten, denn das ist ja auch am interessantesten gewesen, die vergangenen Kapitel, so ein bisschen. Ich habe immer gesagt, das ist irgendwie so das, ja, das Coordinate-Ding irgendwie in My Hero Academia, denn One for All, die Kraft von Deku, ist etwas Besonderes, das wissen wir alle nicht erst seit heute, sondern das wissen wir natürlich schon ein bisschen länger. Und wir haben ja schon in der Vergangenheit hier und da immer mal wieder vorherige Nutzer von One for All gesehen. Natürlich immer nur so bruchstückmäßig. Das erste Mal war es, glaube ich, in Staffel 2, wenn mich nicht alles täuscht, wo wir das gesehen haben. Und das sorgt natürlich immer für ein großes Interesse, finde ich persönlich, wenn man vorherige Nutzer dieser Fähigkeit sieht. Ist irgendwie wie bei Naruto das Hokage-Ding gewesen, für mich so in diese Richtung. Aber ja, da haben wir ein bisschen mehr Einsicht bekommen, was ist eigentlich One for All? Was waren die vorherigen Nutzer? Wir haben zum Beispiel gesagt bekommen, dass die vorherigen Nutzer von One for All, die selbst einen Quirk hatten, also die One for All bekommen haben, aber selber schon einen Quirk hatten, dass die sehr jung gestorben sind, dass die quasi verzerrt wurden von One for All und dass gerade jetzt hier Deku und auch All Might etwas Besonderes sind, weil die beiden eben keinen Quirk hatten, sind sie in der Lage gewesen, die Fähigkeit, den Quirk selbst besser aufzunehmen und ja, quasi nicht zu verkommen daran. Ja, wenn man sich jetzt All Might anschaut, dann könnte man denken, äh, der ist doch jetzt auch total abgekrüppelt. Ja, aber das hat ja einen anderen Grund gehabt. Das war ja nicht der Grund von One for All, sondern das war ja eher der Kampf, den er hatte mit All for One. Und Leute, jedes Mal, wenn ich noch darüber rede, über dieses One for All, All for One, ich bin mittlerweile stolz, dass ich das nicht mehr so oft verwechsel, weil früher, du sagst das halt einfach automatisch, ne? Naja, wie dem auch sei, Leute, ist das ein recht interessantes Szenario gewesen, wo wir auch so zwei Charaktere hinten an der Wand hatten, wo immer noch natürlich die Theorie im Raum steht von einigen, dass das natürlich Bakugo sein könnte. Der eine, überhaupt nicht gesetzt, Leute, überhaupt nicht. Einfach nur ein Gedanke, der da drin sein könnte, dass der das sein könnte. Ob wir da irgendwann zeitnah noch eine Antwort kriegen, weiß ich nicht. Wurde uns angeteast in Kapitel 305, in 306. Keine Rede mehr davon, nichts mehr dazu zu sehen. Aber, naja, ich finde das Ganze mit One for All sehr interessant und ich bin auch sehr gespannt, weil Deku soll ja jetzt der letzte Nutzer von One for All sein. Er soll das Ganze werden, er soll All for One besiegen und ich finde, dass das in eine ziemlich starke, ziemlich geile Richtung geht. Deku muss jetzt erwachsen werden. Er muss jetzt die Phase seines Lebens einleuten, in der er der Held wird, der Retter wird. Und gerade Kapitel 306 hat uns mit dem Cliffhanger nochmal gezeigt, holy shit, man hat hier die Batman-Referenz genommen und dass Deku hier wahrscheinlich auf so eine eigene Trainingsreise geht vielleicht, auf so einen eigenen Trainings-Arc geht, auf so einen Selbstfindungs-Arc geht und das kann richtig, richtig gut werden. Gefällt mir wirklich, in welche Richtung der Charakter Izuku Midoriya hier geht und ich hoffe, er wird genau zu dem Charakter, den sich viele von uns erhoffen. Klar, könnte man jetzt sagen, ja, aber Kev, warum denn? Horikoshi, warum soll er das denn alles immer machen, wie die Zuschauer das wollen? Ist doch vollkommen egal. Warum? Man kann doch wünschen. Und von daher denke ich mal, dass das in diese Richtung gehen wird und dass Deku über kurz oder lang seine Fähigkeit, one for all, komplett beherrschen wird. Aber ob das dann auch der Maßstab generell wird, also dass er damit der krasseste wird, das steht ja nach wie vor im Raum und ich hoffe, immer noch offenen Times gibt, denn der aktuelle Arc, beziehungsweise das aktuelle Chapter, hatte den Namen, der Start oder der Beginn des finalen Acts. Ja, Akt, nicht Arc. Akt. Gut, Akt und Arc ist jetzt vielleicht nicht so unterschiedlich, vielleicht ist das sogar dasselbe, ja, aber da mal gucken. Ist es das letzte von My Hero Academia, wovon ich sehr stark ausgehe? Ich denke, wir werden sowas wie Naruto Shippuden kriegen, sowas wie Tokyo Ghoul Re, also quasi eine Fortsetzungsstory, die dann eben nicht mehr My Hero Academia heißt, denn Deku ist jetzt nicht mehr in der Akademie, ja. Alleine die ganze UA, die ist keine Schule mehr in dem Sinne, sondern die ist zu einem Bunker geworden, so. Die hat sich verändert, das ist nicht mehr das Schulsystem, wie wir das gekannt haben. Das ist gerade gar nicht mehr möglich in My Hero Academia. Und das ist ein Wandel, der im Rahmen dessen, was jetzt hier passiert ist, in den vergangenen Chaptern, im vergangenen Arc, muss man besser sagen, ist das absolut nachvollziehbar und sehr, sehr interessant gestaltet. Wie gesagt, da müssen wir mal abwarten, wie sich das mit Deku entwickelt. Ich möchte jetzt nochmal rübergehen zu Herr Endewer, Hawks und Best Genus natürlich, die ihre Pressekonferenz gehalten haben und diejenigen von euch, die meine Live-Reaction gesehen haben, ich reakte jeden Monat, äh, jeden Monat sage ich schon, jeden Montag, reakte ich live auf das neueste My Hero Academia Kapitel auf meinem Twitch-Kanal, falls euch das interessiert, unten, ne, Videobeschreibung, wink, ihr wisst Bescheid. Und, ja, das fand ich persönlich auch recht stark und ich bin so ein bisschen getriggert worden bei dieser Pressekonferenz von Endewer und Co. Denn da war dieses, diese eine Frau, diese eine Karin, wie der Chat es selber gesagt hat, die einfach nur die Helden blamen wollte, die alles den Helden an den Hals geworfen hat, die sind schuld für alles Übel in der Welt, auch wenn sie gesagt hat, ja, natürlich die Villains, die haben die Hauptschuld, aber ihr habt es nicht geschafft, uns zu beschützen. Das hat mich ein bisschen getriggert, Leute, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Helden haben sich ja den Arsch aufgerissen. Es waren so viele Helden, es sind so viele Helden auch gestorben, dass so viel Grausames passiert. Und alles, was jetzt hier gemacht wird von der Presse, von den Leuten, die da vorstehen, ihr seid schuld, ihr seid die Blöden, ihr habt alles verschuldet, andere Helden hören mit ihrem Heldenjob auf. Das ist wirklich eine krasse Situation in My Hero Academia, die mir sehr, 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 sehr gut gefällt. Aber nichtsdestotrotz finde ich sowas immer scheiße, wenn da sowas gemacht wird, alle Schuld immer nur auf einen drauf fällt oder auf eine kleine Gruppierung drauf fällt. Das war da, ist natürlich sehr realistisch, auf jeden Fall hat Horikoshi sehr, sehr gut gemacht, weil es realistisch ist. Aber ich war trotzdem so ein bisschen getrickt. Ich finde aber auch, das Verhalten von Ender war sehr gut. Wir haben Ender ja in den vergangenen Kapiteln als diesen gebrochenen Mann erlebt, der nicht mehr in der Lage war, irgendwie aufzustehen, sagen wir es mal so, weil er so mit seiner Schuld gebrochen war. Aber durch seine Familie ist etwas passiert, was ihn wieder so ein bisschen in den Arsch getreten hat. Seine Frau, seine Kinder haben ihm so ein bisschen in den Arsch getreten und gesagt, Vater, Mann, sieh zu, krieg deinen Arsch hoch, get your shit together. Und er hat einen neuen Mut geschöpft. Und das sieht man, ja. Man sieht es, dass er jetzt diesen bestimmenden Blick hat. Diesen Blick hat, bei dem man sieht, er wird jetzt gerade stehen. Er wird jetzt Ender war sein. Er möchte der Ender war sein, den die Welt, den das Land braucht. Das hat mir sehr gut gefallen, weil er auch gesagt hat, jo, ganz ehrlich, was erwartet ihr hier? Was sollen wir jetzt hier tun? Sollen wir jetzt hier weinen, uns zusammenkrümmen auf der Bühne? Was würde das denn ändern? Das Einzige, was Ender war und Co. ändern können, ist ihr Attitude, ihre Art und Weise, wie sie herangehen. Dass sie sagen, für uns gibt es jetzt nur den Weg voran. Den Weg, wo wir helfen wollen. Wo wir einfach handeln wollen und gerade stehen wollen für das, was passiert ist. Und das fand ich sehr, sehr stark. Vor allem, wenn man sich anschaut, was mit Ende war alles. Vorher war die ganze Pressekonferenz sehr, sehr interessant gewesen und vor allem auch sehr für mich persönlich bedrückend gewesen. Ich habe ein sehr bedrückendes Gefühl gehabt. Es war eher wie so eine Art, ja, wie so eine Verhandlung hat sich das so ein bisschen angeführt. Dass Ende war und Co. sich jetzt hier gerade stellen müssen und sagen müssen, ja, das und das ist wahr, das und das ist falsch. Und da verstehen wir jetzt gerade auch die Sache, dass Ende war dieses riesige Familienproblem hat. Auch das wurde natürlich angesprochen und auch das ist bei der Gesellschaft scheiß angekommen. Die Leute, die vorher ein Fan von Ende war waren, haben gesagt, holy shit, dass der sowas abgezogen hat mit seinen Kindern. Ist ja grausam, wie konnte ich den nur feiern? Ich finde es sehr gut, wie Horikoshi das macht. Ich finde, er macht das sehr schön realistisch und nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz hätte es mich auch ein bisschen gefreut, wenn man noch Leute gesehen hätte, die gesagt haben oder gesagt hätten, Ende war bei allem, was er getan hat. Der Mann steht gerade, das muss man anerkennen. Das ist ein Held und er möchte für das wieder gut machen, was er damals getan hat. Und ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt, ist aber nur so ein ganz, ganz kleines Manko, ist jetzt nichts riesiges. So, dementsprechend die Pressekonferenz, sehr interessant gewesen, vor allem mit dem Hintergrund von Ende was Flashback. Und ja, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt darüber reden, wohin geht die Reise jetzt? Wohin geht die Reise jetzt in diesem finalen Akt von My Hero Academia? Ich rechne natürlich nicht damit, dass wir irgendwie in diesem Ark, Akt, ich nenne es jetzt einfach Akt, dann kann mir niemand in die Kommentare schreiben, aber Kölfer ist ein Akt, der ist kein Akt. So, deswegen sage ich jetzt Akt die ganze Zeit, dass in diesem finalen Akt irgendwie sofort Shigaraki besiegt wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass in diesem finalen Akt, ja, All for One besiegt wird. Dass er wegfällt und Shigaraki dann die übergeordnete böse Position einnimmt. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Denn das ist ja auch gerade das, was noch so ein bisschen in der Schwebe ist. Dass eben eigentlich Shigaraki der Böse sein sollte, aber es ja nicht wirklich ist, weil All for One immer wieder seinen Körper übernimmt, immer wieder dirigiert, was er tun soll. Und ja, da muss er erstmal Shigaraki selber laufen lernen und ich könnte mir vorstellen, dass das passiert, indem einfach All for One beseitigt wird. Ob das von Deku der Fall ist, ob Shigaraki das selber macht, sei mal dahingestellt. Ich bin komplett offen, was hier Horikoshi macht. Ich hoffe einfach, es kommt ein guter, starker Ark jetzt hier mit Izuku, wo er auch noch mal ein bisschen sich mehr selbst findet, vielleicht auch ein sehr gutes Character Development macht. Das erhoffe ich mir zumindest. Und ja, da könnt ihr mir gerne auch mal schreiben, was ihr erwartet bei My Hero Academia. Seht ihr sehr ähnlich? Wollt ihr auch so etwas in diese Richtung haben? Wollt ihr einen Badass-Isuku? Beziehungsweise, ich glaube, den haben wir eigentlich auch schon in gewisser Art und Weise über einen längeren Zeitraum. Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Wie fandet ihr generell diese ganzen, man muss es ja so sagen, es sind ja so Laber-Chapter gewesen, wo sehr viel erzählt wurde, sehr viel abgehandelt wurde. Wie fandet ihr das Ganze? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Lasst uns mal so ein bisschen darüber diskutieren und gucken, wie eure Meinung ist. Und ja, Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Leute. Immer mit einem Däumchen nach oben, damit zeigt ihr mir, dass ihr Bock auf mehr solcher Reviews habt zu My Hero Academia. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass ich das sobald Final Season vorbei ist, ja, wöchentlich mache, weil die Nachfrage ist da, Leute. Wir kriegen immer so 4.000 Leute zusammen, die für die Videos da sind. Finde ich sehr, sehr nice. Und ja, schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare und abonniert kostenlos, falls ihr das nicht schon getan haben solltet. und checkt meine sozialen Medien ab. Wie immer, Leute, Twitch abchecken. Denn ihr wisst Bescheid, auf Twitch reakte ich auch auf die My Hero Academia Chapter. Oh, meine Stimme geht gerade flöhnt. Merkt ihr das? Ich lasse das drin im Video. Ist authentisch, oder? Also, Leute, ich wünsche euch immer noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Ich sage schon Tschüss und ich hoffe, wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.